Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Pocket Edition Windows 10 Edition hier auf der Cloud Realm Jo, wir sind noch immer bei unserem Rundgang Rundgang Deluxe würde ich mal sagen so awesome wie hier gebaut wird Wir gehen mal gleich weiter Ach, ich wollte doch in der Zwischenzeit zu Bobby laufen Ja Das wollte er Das wollte er machen Hat er aber nicht gemacht Warum hat er es nicht gemacht? Anscheinend weil er nicht ganz dicht ist Gut Wir laufen weiter Wo Hier kommen wir zu Cloud Zum Chef Zum Big Boss der Realm Zum Alpha Admin Zum Obercomputer Heini Ich will mir das Haus mal anschauen Und bei Cloud Latsche ich auch einfach so in die Bude rein Da frage ich gar nicht lange Ich glaube das passt schon Ich zünde es ja nur an Nö, mach ich nicht Okay Oh, er hat ordentlich Ziegel gefarmt Aber das werdet ihr schon gesehen haben Weil diese Folge kommt ja Am Morgen Samstag Ich bin Freitag Montag sollte die rauskommen Montag, ja Überall die Schilder Überall die Schilder Da ist das Links einen Links einen Hasen, was da gestorben ist Oh, das Schlafzimmer vom Chef Hier schläft er also Der Jute Der Jute Klaut Klaut So Und hier steht er Und wacht übers Imperium Ja, Aussicht hat er hier schon geil Also Das Das muss man sagen Das Da hat er sich ein tolles Plätzchen ausgesucht Das Kann was Wirklich Nice Aber Ihr kennt natürlich alle Diese Hütte Und deshalb Werden wir gleich Mal Weiter Laufen Und Schon beim nächsten Haus Angekommen Wer ist hier Zu Hause Ah, der Kannst Was will der jetzt Hey Leg den Block zurück Leg ihn zurück Hey Oh man Oh man Oh man Das nimmt kein gutes Ange Doch Gepasst Das wäre es jetzt wieder gewesen Und schwupps zurück Im Winter Plum Und meine guten Sachen Legen hier Okay Konstis Zweitwohnsitz Ich weiß Ich weiß ja nicht wo sein erster ist Aber das ist auf jeden Fall sein zweiter Wie auch davor gesagt Ich gehe nirgendwo rein Ich will nicht Einfach so eintreten Wo ich nicht eintreten sollte Oder darf Ich weiß es ja nicht Auf jeden Fall Will ich Da Rauf Wo war es Wo war es Wo war es Wo war es Da rauf Da Und da Aber zuerst Da Hier sind wir auch schon wieder Da seht ihr mal wie schnell ich rennen kann Aber wer baut hier Wer hat Dieses Schnickehäuschen Hier oben gebaut Kommt man da irgendwo rauf Ja Hier gibt es eine Treppe Hallo Wer hat hier gebaut Hm Okay Schild ist nicht hier Hier unten ist auch noch Licht Okay Ja Das ist dieses Häuschen Und da unten gibt es noch einen Kleinen Weg habe ich gesehen Ah Ja genau Genau da wollte ich runter Genau Super Plan hat gut funktioniert Wir laufen weiter Und zwar gibt es hier nochmal Eine kleine Plattform Mal schauen Wo wir Hier hinkommen Oder ist das noch im Bau Ich weiß es Ah Cool Super Das kann das Oh ein kleines Häuschen Schön Ah Steine Garage Mässig Irgendwas Hallo Fer Girl Scout Girl Scout Ähm Ja Die Dächer finde ich cool Super Ne Gefällt mir echt gut Hast du toll gemacht Wer war es Der Jump Slime Ja Hätte ich mir fast gedacht Jump Slime Baut wirklich schön Das muss man ihm lassen Auch dass er da stellenweise anderes Holz verwendet Das finde ich echt toll Das Woll Dass das passt Das ist wirklich Ne schöne Sache Es macht Spass Mit solchen Bauwütigen Leuten Auf der Realm zu sein Die was Was bewegen Die was weiter bringen Die was Nicht nur Kommen rauf Und machen nichts Sondern die was richtig Gas geben Was schöne Sachen bauen Das ist einfach toll Das Das gefällt mir Wo man echt mal Einen Rundgang machen kann Und sagen kann Wow Wirklich Viele sagen ja Ich baue Schöne Sachen Ja aber hey Schau mal was die anderen So auch hinzaubern Gut mit meinem Winterdorf Sieht zwar allen Allen ganz gut aus Aber Wenn man die Häuser Einzelne betrachtet Wie war es Jaura Oder Wie war es Aura Ich weiß nicht Wie man es ausspricht Tut mir leid Jedenfalls Ist das Der frühere Mr. Minecraft Dem aber leider Der Name gestohlen wurde Und deshalb Hat er sich Umgetauft Und jetzt Schlägt der Scheder Richtig zu Mit dem Nebel Jetzt sehen wir einfach Gar nichts mehr Also Schaf Gut Okay Ich habe bis jetzt Erst ein Schaf gesehen What the fuck Ich muss ein paar Betten bauen Gut Hier hinten ist der Kraut Da waren wir mal Die Berge Wären wir mal Durch Können wir hier Runterspringen Ja YOLO Hey ich wäre echt Am Arsch gewesen Wenn ich jetzt gestorben wäre Ich hätte so weit laufen müssen Das kannst du niemand mehr tun Aber Wir wünschen Professionalität Nicht bei mir bitte Da seid ihr an der falschen Adresse Gut Wir sind wieder Beim Zombie angelangt Ah nein Ich meine In der Stadt Angelangt Und zwar Wo Was Was hat hier jetzt So geblitzt Irgendwas hat geblitzt Irgendwas war grell Äh Und zwar Wer hatte heute noch Dieses Bild Auf Twitter gepostet Ich glaube das war der Philipp Ich glaube das war doch Der Philipp Loch Hat der irgendwo Ein Namensschild Ey ich laufe da jetzt Bein Hey wo hast du die Steine her Haben die schon So ein Unterwasser Tempel Dingsel gefunden Was sind die Blöcke Für die Tür Wauwauwau Nö Das ist ja Der Der Redstone Keller Oder Oder Ja klar Zentrale Das ist der Der voll fett Kranke Redstone Keller Ich meine Ich bring grad und grad Eine Tür zusammen Was Was aufgeht Mit einer Druckplatte Das war es aber auch schon Aber da Ihr habt es ja sicher Bei Cloud gesehen In der Folge Da steckt ordentlich Leistung dahinter Das ist Wirklich Spitze Toll gemacht Geh Fällt mir gut Greife ich natürlich nichts an Ne gut Dann würde ich sagen Wir laufen mal weiter Und schauen Was uns da hinten erwartet Wie gesagt Ich komm sehr Sehr selten ins Dorf Ah hier sind wir wieder Bei Betty Dann gehen wir Die Straße nach Ich komm sehr selten Ins Dorf Und deshalb Hab ich Überhaupt Keinen Plan Wer Wo Was Gebaut hat Ich seh es zwar Beim Cloud Und beim Bobby In den Folgen Aber das Passt dann auch schon Betty Cloud Johanna Meiner Kosti Okay Ist die Johanna Wieder am Selten Platz Wie sie war Oder Hat sie sich Was Neues Gesucht Hey da hinten Ist sie Wow Hallo mein Freund Gut Minizombie eingesperrt Okay Okay da geht es mal Ohne Hey Mann wir sind die Runde Draußen Ich bräuchte ein Navi Ne ne Nicht ne Karte Richtig Navi Okay Wir sind jetzt voll Sinnlos die Runde Gelaufen Johannas Haus Da lebt also Die gute Johanna Alias Platzsturm Mir gefällt das Mir bei Essen Halt Das passt schon Oh sie hat so Viel Schafe Aber Wir werden schon Noch was finden Aber Sieht gut aus Auch mit dem Weißen Holz Ich finde es Nicht schlecht Weiss nicht was Manche immer Da so haben Mit ihrem Holz Dass sie da so Dagegen sind Okay Hier ist einmal Nichts Hier Die Reise Geht weiter Wir schauen mal Wo wir Noch hinkommen Wo geht es Hier Surprise 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 Ich komme sicher gleich Wieder beim anderen Haus raus Glaube ich sofort Ah Da oben ist Wieder der Cloud Okay Dann hätten wir Eine schöne Runde Gedreht Gut Das bedeutet Ich schaue mal Wo wir Noch hinkommen So Leute Hier sind wir Vom Haus Vom Oregon Kiste Drei Der ist Ewig weit weg Ewig weit Da ganz Da ganz drüben Der Weg Blblblblbl Richtig weit weg Und da hinten Habe ich noch Was erblickt Und zwar Eine Art Burg Und Burmide Da schauen wir Auch gleich mal hin Wenn wir schon Hier sind Achso Da wäre ein Weg Auch unter Gern Ja schön Habe ich wieder Früh gesehen Aber wer mir abgeht Der Bobby Ich hätte ihn gesucht Aber ich finde ihn Rüben nicht Happy Halloween Von Oregon Kiste Hat zu wenig Zeit Sieht aber trotzdem Toll aus Auch wenn du wenig Zeit hast Ich finde es nett Hey Das Häusrend Gefällt mir Das ist gut Mit unten Backstein Oben Den Ziegeln Kann was Cool Ja Leute Leute Ich schaue mal Noch ein bisschen Weiter Vielleicht Finde ich ja noch Irgendwo hin Zum Bob Ich weiss auch nicht Ob er Diese Richtung Oder Keine Ahnung Wo er ist Ich finde auch nicht Tot Michas Haus Dass ich wieder Zu mir zurück Finde Also Ja Ich rauf mal Ein Stück weiter Das ist der Dave 100% Ich bin jetzt nur so eine Bahnstrecke nachgelaufen Aber Das Ding Schaut nach Dave aus Nice Das wird was Das Das Wird was Davon könnt ihr ausgehen Scharf Ich muss sie alle töten Und hinten ist auch noch ein kleines Scharf Ein kleines Heuschen Oh Eine Fischerhütte Schön Toll Ich dachte mir Da weg geht jetzt zu Bob Ach man Dann laufen wir weiter Hier hinten wohnt Bobby Juhu Wir sind noch ein Berg Zu früh Also Flipp Und jetzt sind wir beim Bobby Bobby Mit seinem fetten Stall Nice Da kann ich auch einfach reinlatschen Das passt Öh Oh Mit Bilder Oh Der feine Herr Ja der hat's ja Ne Nice Klappt mir hier schon gut aus Gefällt mir Wirklich super Okay Genug mit dem Blödsinn Hier geht's zum Stall Oder Nice Wow Cool Ich hoffe ich spoilere jetzt nicht Halbein in der Kiste Ah der Philipp Der hat der Philipp wieder ausgehalten Ich hoffe ich spoilere hier nicht Ich hoffe die Folge wo man das sieht Ist schon draußen Sonst Sorry Aber auf jeden Fall Der Weg war ewig weit Ich muss noch alles zurücklaufen Ich sage auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Ich wünsche euch wie immer Einen schönen Tag Einen schönen Abend Viel Spass euch noch Liebe Grüße Euer Sari Ciao Ciao